Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um Krono. Krono ist eine Möglichkeit, eine Funktion im Endeffekt aus der Standard Library, die im Endeffekt häufig für Benchmarks verwendet wird. Denn damit kann ich wirklich Zeitpunkte sehr, sehr genau messen und ja natürlich auch umwandeln. Also ich kann natürlich auch hin und her gehen, Millisekunden in Stunden umwandeln, die jetzige Zeit messen etc. etc. So und das ist jetzt in der Standard Library, deswegen will ich euch das nicht vorenthalten und deswegen sagen wir hier Hashtag Include Krono. So Krono ist wie gesagt die, ja die Bibliothek dafür. So und wie wir das jetzt machen, wir wollen hier tatsächlich mal den Benchmark machen. Wir wollen hier einmal sagen, wir wollen ToString von FIP und zwar Benchmarken wir das einmal mit Krono, Doppelpunkt, Doppelpunkt. So und jetzt können wir hier quasi sagen, was wir quasi verwenden wollen. Nämlich erstmal ein Timepoint. Und ja, der Timepoint ist als allererstes mal ein Zeitpunkt tatsächlich und wir müssen eben auch noch einen Typen zuweisen, weil die verschiedene Typen haben können. Krono, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Steady Clock ist das, was wir hier verwenden wollen. Also quasi eine Uhr, einmal für den Startpunkt und einmal für den Endpunkt. Ich glaube, ihr kennt das Prinzip, wie man Benchmarks ausrechnet. Ist auch nicht besonders schwer hier. Und ja, jetzt sagen wir hier einmal vor dem Start vom Benchmark, also quasi vor dem, was wir ausrechnen wollen, sagen wir, okay, Krono, mach mal hier neue Uhr. Also gib mir mal die jetzige Uhrzeit. Das heißt, Krono, Doppelpunkt, Doppelpunkt und jetzt sagen wir hier Steady Clock, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Now. So, und damit haben wir quasi die jetzige Uhrzeit. So, was wir machen, das haben wir letztes Video gemacht, nämlich hier Fibonacci berechnen in einer Konst Expr. Okay, und ja, jetzt geben wir hier tatsächlich mal an, wir wollen das Ende quasi wieder rechnen. Und das machen wir im Endeffekt genau gleich, nicht Cent, sondern End, ist gleich Krono Steady Clock, Ups, Now. So, und jetzt können wir natürlich hier ausrechnen, wie lange wir gebraucht haben. Und dafür gibt es auch in Krono eine Variante. Und zwar können wir hier das Ganze einfach ausgeben als Duration. Das heißt, wir sagen hier Krono Duration und ja, jetzt müssen wir hier angeben, in was wir die Duration messen wollen. Wir nehmen hier ein Double dafür, das würde ich immer empfehlen. Dann sagen wir hier Elapsed ist gleich Ende minus Anfang. Und Krono macht das mit den ganzen Typen für uns komplett so, dass wir alles haben, was wir brauchen. So, und jetzt können wir hier einfach uns zum Beispiel die Sekunden ausgeben lassen. Also sowas wie Cout, wie habe ich es genannt, Elapsed, Punkt Count. So, das sind quasi jetzt die Sekunden, also wirklich die Sekunden, die wir hier ausgegeben haben. Dann sagen wir hier noch eine Endline rein. Und ja, dann lassen wir uns das doch einfach mal angucken. So, wir sehen, das dauert ein bisschen, natürlich. So, wir haben 2,51456 Sekunden gebraucht. Während, wenn wir hier jetzt zum Beispiel, was war die Zahl nochmal? Hier, wir haben 43 drin. Wenn ich jetzt hier direkt 43 reinschreibe, merken wir uns mal 2,51 bitte. 2,51, ähm, so. Und jetzt brauchen wir sogar 2,53. Also es macht nicht wirklich einen Unterschied. Ich habe letztes Video Quatsch erzählt offensichtlich. Offensichtlich wird es nicht so stark beschleunigt. Oder offensichtlich hat gerade irgendein Hintergrundprogramm bei mir zu viel Leistung verbraucht. Aber auf jeden Fall, Konst Expo macht es natürlich ein bisschen schneller, hoffe ich zumindest. Ansonsten habe ich jetzt echt nichts erzählt. So, wenn es kein Konst Expo ist, dann sehen wir, okay, 2,66. Das ist schon mal ein bisschen was. Ja, ähm, also wir sehen, Konst Expo bringt was, aber vielleicht nicht so viel, wie ich behauptet habe. Aber 0,1 Sekunde ist okay. So, aber im Endeffekt geht es dieses Video hier um Crono, ja. Crono macht im Endeffekt genau das. Wir ziehen uns zwei Uhren, wir holen uns das jetzt, wir berechnen die Differenz und wir können hier Funktionen oder Methoden drauf aufrufen. Ähm, wir können hier natürlich noch weitere Methoden drauf aufrufen. Wir können hier verschiedene Operatoren anwenden, also plus, plus, plus gleich und so weiter und so fort. Wir können hier Max und Min und Zero machen. Ähm, wir können natürlich auch, ähm, sowas wie machen, wie zum Beispiel das Ganze, ähm, sagen wir hier einfach mal Auto in Millisekunden konvertieren über, ähm, Crono, Doppelpunkt, äh, Duration Cast und hier dann Crono, Doppelpunkt, Milliseconds reinschreiben und hier dann natürlich Elapse zum Beispiel, also die Duration oder irgendwas anderes. Wir können auch natürlich das Now in Millisekunden casten, wir können auch in andere Typen casten, ähm, die wir hier übrigens alle finden, also Milliseconds, ähm, ich meine, es gibt auch Microseconds, können wir auch machen. Und, ja, da casten wir jetzt mal dieses Elapse rein und dann sagen wir nochmal, wir geben das Ganze aus. Äh, Elapse Punkt, äh, Quatsch, Millis Punkt, äh, Count. Und, so, ja, und wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann sehe ich hier natürlich, okay, wir haben, wir haben, ähm, ja, 200, äh, 2.627.766 Mikrosekunden gebraucht. Das ist ein kleines bisschen genauer, als wenn ich das mit einem Double mache, aber, ja, ähm, im Endeffekt casten wir es ja, ne, das heißt, da passiert eigentlich bei der Umrechnung eher wahrscheinlich ein Fehler. Ähm, genau, aber, ja, also das ist im Endeffekt so, wie man mit Zeit umgehen kann und wie man mit Konstexpress umgehen kann. Okay, gut, wie wir hier auch gerade gesehen haben, jetzt sind wir bei 2,6 Sekunden, also offensichtlich, äh, ist der Unterschied noch kleiner, als ich dachte. Aber gut, ähm, das ist ein anderes Thema. Okay, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.